Komm Chrom, auf geht's, Feierabend, zack, zack, zack. Ja, komm. Und jetzt, jetzt mach ich einfach Jog mit Doppel Pyroblast ins Gegnergesicht und dann... Tschüss, Noss, danke dir. Er darf halt keinen Reno haben. Ich spiel Jog und dann spiel ich Deathwing und dann... ...sollte das reichen. Pyroblast in Warrior? Ja, Jog kann Pyroblasten. Spiele ich jetzt schon? Ich spiel jetzt Jog. Ich hab sieben Zauber, das reicht für zweimal Pyroblast oder Pyroblast Fireball, geht auch klar. Ja, das ist okay. So, da spiel ich... Ich überlege, ob ich erstmal ein paar Zauber raushaue nochmal, Brawl oder so. Was spiel ich denn direkt? Er hat hier 13 Schaden. Er hat Emperor noch nicht gespielt, das heißt die volle... Er hat die Münze auf der Hand, er kann die Combo raushauen. Ich muss jetzt Jog spielen. Heal ist da, Heal ist da. Train life ist da. Execute, super, super. Resurrect ist da. Excavated Evil ist da. Ja! Ja! Oh Gott, ich bin ein Gott. Ich bin der beste Harz und Spur. Oh mein Gott. Come on. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich spiel in der Welt, Doomsayer dazu. Amigdol ist vorbei. Achso, Kalidanzo, du Arsch. Ich hab's grad gut gemeint. Oh Mann, du Arsch. Ich hab mir echt grad Mühe gegeben. Ja. Ich geb nie wieder Tipps. Ja, guten Samu. Ich hoffe, dir geht's gut. Wünsch dir ein schönes Wochenende und gönne dein Tiramisu. Schön, dass du reinschaust. Ich hab 14 Spells. Was wird das? Kannst du bitte damit aufhören? Hör auf. Scheiße. Ernsthaft? Ich muss Jok spielen. Kannst du bitte aufhören damit, Kevin? Ich muss Jok spielen. Ich muss Jok spielen. Kannst du bitte aufhören damit, Kevin? Ich könnte halt auch Talnor, Swipe und Moonfire spielen. Es sind halt 14 Zauber. Ich krieg den halt nicht weg, aber den... Ich kann Talnor, Swipe, Swipe, Moonfire regelt und dann taunt. Ich bin bei 27, er kann mich nicht töten. Er hat keine Viscerate. Was soll schon schief gehen, ne? Scheiße. Ich hab grad gehofft, dass es einen von denen silenced. Ich bin der beste Hearthstone-Spieler der Welt. Ich bin einfach der beste Hearthstone-Spieler auf diesem Planeten. Es gibt's nicht. Ich überrasche mich immer selbst. Ich bin der beste Hearthstone-Spieler.